Schauen Sie bitte nach oben, es gibt unheimlich viele Lichtpunkte, so viele, dass sie eine Kleinstadt von 120.000 Einwohner haben. Hier sind zwei Techniker, eine ist für die Lichter und der zweite ist für die Lautstärken. Hier sind zwei Techniker, eine ist für die Lichter und der zweite ist für die Lautstärken. Für die Lichter und Stärke für den Soundzustellen. Die Lichter und Stärke für die Lichter und Stärke für den Soundzustellen. Ich mache jetzt die Schiffsführung weiter mit ihr. Sarah hat jetzt den Teil hier im Theater gemacht und wir machen jetzt den Rest. Sie haben noch ein paar Sachen vor uns und wenn Sie irgendwelche Fragen haben heute, kommen Sie immer gerne auf mich zu. Wir können hier oben auch direkte Ausflüge buchen. Wenn man will, kann man auch einen ganzen Platz machen. Wie gesagt, Kabinen für den Yacht Club gibt es auch gleich 15 und 16. Das sind ungefähr 70 Kabinen. Und für jede Kabine ist auch eine... Eine? 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 Nein, Entschuldigung. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Das ist gerade ein Duoden. Das ist ein Wahnsinn und ein wunderbar. Tschüss ... ... ... Kaffee Das ist ein Recher-Restaurant. Das ist ein Recher-Restaurant. Es ist grundsätzlich so, dass wir in der Recher-Restaurant über die Ecke haben. Wir haben einmal die Küche für das Recher-Restaurant und das Recher-Restaurant. Es ist mit dieser Seite zum Recher-Restaurant und nach dahin geht man ins Villa-Berde. Man befindet die Küche, dass die Küche direkt etwas vor ist. Weil die ganzen kalten Vorspeisen, also alles was man tut, die Einmalerwand später machen kann es wirklich so, dass das dann mit dem Siegler-Restaurant geht. Also hier ist ja die Waschstraße. Also wenn die Kellner hier dann... Alle Nachfische, alles was sie hier an Bord essen, das wird alles durchgemacht. Also hier im freien Nachfisch da irgendwie schon fertig eingefroren, dann nachgekauft wird. Das ist wirklich so, dass der Teig für den Nachfisch, da wird dann darin das Recher-Restaurant. Das ist ja die ganzen Fröte, das sind Pagetten, das ist alles frisch gemacht. Also wir wollen alles hier frisch machen. Bis vor einer Woche haben wir die Deutsche Bäckerschöp, das ist dann ausgestiegen. Jetzt ist hier in der Daher Müsloppen gemacht. Müsloppen machen. Die Italiener, die essen mehr Pizza, die Leute, die möchten das Schwarzbrot. Also die verschiedenen Angebote in dem Land. Das heißt, morgen gibt es in Frankreich ein spezielles Angebot, das ist ein Kreuzfahrt-Restaurant. Wir sehen dann morgen am nächsten Kreuzfahrt, hauptsächlich die Franzosen an Bord. Vorne ist hier das Geflügel. Da hinten wird dann das Rindfleisch vorbereitet. Das heißt Geflügel, das ist Geld. Rindfleisch ist groß. Also so, dass das hier unterschieden wird, dass man nicht die Bakterien da übertragen werden. Sie müssen dann einmal aufpassen. Wir müssen aber nicht aus Holz sein. Wir müssen alle aus der Plastikland einfach aus Hygiene bringen, weil wir Holz und das Land sein können. Hier ist ein bisschen mehr da hier. Ja, ich meine, nein! Ich bin jetzt schon. Und wieder ja. Ich bin hier in der Tat, die in der Tat, die in der Tat, die in der Tat, die in Katzen, die in der Tat, die in der Tat, die also in Katzen wissen, die in der Tat, die im健全en Hausseherstelle. Die Tat, die in der Tat, die in der Tat, die Sie, die in der Tat, zum Ende haben, die noch für die Karte, die Untertitelung, Das ist schön. Das ist schön.